So, hallo Leute, hier ist die Steffi, ihr kennt mich ja alle. Und zwar, wir haben ja jetzt bald Neujahr in eineinhalb Wochen und da habe ich mir gedacht, neues Jahr, neue Vorsätze. Deswegen wird 2016 mein Jahr und ich will, dass ihr mitmacht. Mein Ziel ist in drei Wochen 10% Körperfett abzunehmen und dafür brauche ich euch. Unterstützt mich, macht mit, auch ihr könnt es schaffen. 10% Körperfett in drei Wochen. Und damit ihr das auch alles schafft, gebe ich euch vier, naja, darin ihr killt mich, aber sagen wir sechs Wochen Freitraining bei uns im Fit & Fun. Also macht mit, im neuen Jahr neue Vorsätze. 10% Körperfett in drei Wochen. Wir schaffen das.